Augsburg haben wir da, drüben die Bank. Ich möchte die Kunde leer. Einen guten, ne? Jochen, einen guten. So, ein Wolf, Augsburg. Kanten, Kanten, hast du? Hab ich schon. Ja, da war gerade ein paar, da gehört ja. Ja, so. Ja, da drüben steht der Christian Werns. Jetzt kommen die Augsburg ein bisschen. Ja, da drüben steht der Christian Werns. K甘, danke. Hallo ja, da drüben steht der Hallo. Ja, da drüben, Expand ist jetzt eigentlich also der Christian Werns. Ja, da drüben, hin. Wie ihr hier habt? Ja, da drüben ist jetzt. Vielen Dank.